hallo ist martin von money monkey ist das die dax analyse für freitag den 14 10 2022 und unser kleiner unser kleines älfchen hat spaß gehabt ich habe es den kommentaren schon entnehmen können der eine oder andere von euch hat es dann doch wieder erkannt was wir am donnerstag gesehen haben also so löst ein dax so ein geschwurbel auf genauso und das hat auch gemacht sogar so wie wir es gestern gesagt haben erst oben fehler ausbruch dann unten fehler ausbruch dann oben raus sieht soweit erstmal ganz gut aus das heißt wenn er nun dran bleibt die haben sogar die 450 jahre halleluja hat er alles wirklich reingepackt was er hier irgendwie noch ziehen konnte sieht jetzt erstmal schon danach aus dass wir die rote abbrechen und er sich eher an der bewegungswelle orientiert und hier noch mal ein reindrückt wer auch sagen wir nicht das letzte was er machen könnte saisonal betrachtet auch man muss jetzt dranbleiben denn jetzt kommt die schwierigste aufgabe und auch die aufgabe wo man wirklich sagen muss wo der dax die ganzen letzten wochen und monate immer wieder gepatzt hat ist es nach positiven tagen und auch nach phänomenalen umkehrformation dann auch mal dran zu bleiben einfach mal weiter zu machen zu ziehen man richtig auf zugkraft zu gehen rein in die ruder und drücken ziehen schieben wie auch immer hauptsache mal verteidigen und zu verteidigen gilt es jetzt die situation oder die lage oberhalb von der 12.300 12.270 das sollte er wirklich versuchen zu verteidigen ich denke er hat dafür ganz gute karten vielleicht gelingt ihm sogar die 370 von oben schon zu halten zum freitag sollten wir ihn oberhalb von 370 sehen werde ich auf jeden fall eher eine aufwärtstendenz unterstellen und ihm auch oben raus noch platz lassen gut und gerne bis an die 665 ran aber auch wo ist das offene gap hat man nicht immer noch ein offenes gap links oben offen was ach ne das doch ein bisschen höher noch 49 aber ja sowas kann er durchaus anpeilen 830 665 49 das wären ziele wenn er jetzt dranbleibt 370 oberhalb von 370 halten kann hält dass ich nicht über 370 würde ich zum freitag schon erstmal ja ja wenn die passive rolle wechseln hätte ich jetzt nicht so bock drauf weil dann wird es wieder komisch geht dann nämlich unter die 370 man läuft auf die 300 und die 270 auf ich meine gut dort könnte man durchaus noch mal ausprobieren dann wird eine schöne grüne stundenkerze rein zimmern und das vielleicht gleich am morgen macht und dann drückt sich dort wieder hoch hat er durchaus das potenzial von dort auch noch mal hier drüber und 500 und gibt ihm ja also wirklich ein bisschen 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 chance nach rauszulaufen aber tiefer soll dann nicht unter 270 wird das schon wieder sehr komisch also unter 72 ja wird er fast gefahr laufen dass er zum freitag einfach komplett den ganzen tag durchfällt ja richtung 12 1 50 12 100 dann würde dort wahrscheinlich den tag beenden und montag dann unten daraus haben ja und wir müssen einfach festhalten wir sind übergeordnet nach einem abwärts rennt dass das übelst sieht schön aus das ist ein phänomenaler tag ist es fühlt sich gut an und man er kann oben raus also ich würde jetzt hier nicht schorthandeln ja also nicht nicht falsch verstehen aber ich würde longposition halt auch eng ranziehen und ich würde die schwelle um dann doch wieder zu sagen nee vielleicht hande ich ja doch schon wirklich gering ansetzen und schon an der 270 festmachen wenn der jetzt aus der schönen tages kerze nicht nur langen freitag nach oben raus hin gebacken kriegt also dann hatte ich wirklich also dann dann ist es das schwächling der nation ja dann dann sollen sie verprügeln dann sollen sie tot hauen dann sollen sie runter auf 11 400 legen und alles was dann noch tiefer kommt ich meine da gibt es ja noch schöne zonen dann bin ich der letzte der ihm das dann nicht gönnt ja so soll es nicht sein mir ist noch wichtig klar zu sagen wir haben ein unheimlich starkes eigentlich umkehrsignal wir haben diese aufwärtsbewegung aufgedreht abgefangen wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen zwei tage hat jetzt sechs sieben tage gebraucht um da ein bisschen dran runter zu rutschen das ist schon erst mal eher bullig wenn er eben auch oben raus läuft über die 300 am ende sagt jetzt über tag und das hat er geschafft das heißt das ist die vorlage um jetzt hier oben richtung 8 50 und mehr zu spritzen oder sagen wir 8 30 8 60 dieser dieser pullback hier interessieren sich immer manche leute dann immer wo liegt die linie genau die da drin hast martin bevor ich dann wieder zehn mails beantworten muss kann man kann man gleich festmachen die liegt bei 12900 ja also das alles so durchaus erreichbar jetzt auch direkt am freitag wenn der bock hat ja aufwärtsgebt und offen lassen sowas funktioniert immer gut im dax wenn ihr sowas seht vielleicht ein bisschen vorsicht dann auf der schwarzeite aber vorsicht würde ich eben auch walten lassen wenn der unter 370 irgendwie rumfuchtelt der hat dann noch die 200 die 300 2 70 und wenn das dann nicht hält dann 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 kann man diesen optimismus den der donnerstag verschwimmt hat auch getrost wieder ganz schnell in die tonne treten weil dann läuft das wieder nach unten raus rutschen drauf hinaus und deswegen halten wir uns noch mal ein bisschen bewusst wir sind an sich noch im abwärtstrend wir halten uns bewusst dass wir viele freudige oder euphorische momente immer wieder zerstört gekriegt haben die letzten wochen wenn er es anders machen will dann muss er das jetzt machen aber dann muss er auch oberhalb von 370 runter das heißt alles was tiefer ist oder auch unter 300 dann ist das widerspricht dann dem dass es jetzt mal besser wird und dann kann ich auch diesen 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 punkt wo sich viele immer festklammern diese hoffnung jetzt klappt es vielleicht mal das kann ich dann getrost wieder über bord hauen ja der kann ich sagen gut klappe zu affe tot fertig ist ja also ganz klar wir haben ein super signal nach oben es sieht sehr gut für eine umkehr aus ja ich würde mich dem erstmal anschließen würde dem dax auch oberhalb erstmal potenziell zuschustern aber eben auch eine klare kante ziehen wo ich sage nee hier stimmt jetzt was nicht das passt nicht rein das sieht nee das ist komisch und das ist eben dann unten die 270 und die 300 beziehungsweise eigentlich schon so unter 370 fängt es schon an kommend zu werden ja also habt das ein bisschen im blick nicht dass da einer dann bei 12.250 oder so dann den sechsten long noch reinlegt weil sie sagt mensch martin hat gesagt dass ein umkehrsignal nach oben das muss doch werden so dann bitte nicht also alles was über 370 immer wieder nach oben aufdreht kleine rücksätze und so was das kann man ruhig lang oder ich würde es ruhig lang probieren ja oben raus dann auch die punkte holen die da drinnen liegen und da ist ja jetzt gut noch ein bisschen platz auf der oberseite na also muss ja nicht mal die 900 werden ja lass den mal bloß hier 665 oder sowas das macht dann auch schon ein bisschen spaß hier mal drüber gucken das werde auch schon mal 6 65 700 also kleine rücksetzer wenn die aufdrehen spricht gute chancen zu aber wenn da nur rum krümmel oder den ganzen tag sich nur wie so ein dussel verhält und hier einfach runterrutscht dann soll er uns ein buckel runterrutschen dann soll er hier runterrutschen soll sein tag ist schluss hier unten irgendwo unter die 12 200 12 1 15 zu stellen ist da gut dann montag kurz nach oben zucken und dann unten kopfschuss ja ich würde sagen so machen was die seminar leute ist jetzt sage ich selber schon seminar sagt gut die leute sagen immer bei uns seminar puls ein webinar ist die webinar leute hier kurz die info sonntag 10 uhr wäre termin link bekommt er dann noch okay also ich mache hierzu wünsche euch gutes gelegen wie gesagt nimmt es als umkehrsignal nach oben war aber noch noch immer ein bisschen diese negative grundlage in erinnerung behalten die der dax hat das heißt wenn wir jetzt zu krass sagen hey jetzt wird alles gut kann man eben auch noch nicht dafür ist es noch alles zu früchten noch zu wund auch hier unten also es sind überall noch offene wunden in die man leicht irgendwie mal schnell finger einlegen kann da muss noch ein bisschen vorsichtig sein ich wünsche euch was das bis montag also bis bis zum sonntag für die analyse zum montag